Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Licht-Ost gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügen können. Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzterrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Die Stadt Feiglinge verreichtert Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer klar behält! Jahrelang ist das Militär mal eine Aktion im Lumpen erhielt! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich wollte hier von der Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Mit Ihrem eigenen Blut werden Sie bezahlen! Sie werden in Ihrem eigenen Blut ersaufen! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich bin in der Zeit, nicht nur in der Zeit, ich will in der Zeit, ich komme bei dir noch nicht! Dann kommt die Oberflächen! Ich lege den Kopf.